Hey, wie ist das denn da? Wenn er mag. Ich mag gerade nicht immer. Auf dem Weg. Verstanden. Bin auf dem Weg. Bleib auf, Mono. Tiere da. Ist ja besser auf, da unten. Da wimmeln sich an Feinden. Und die sitzen ja irgendwo links und rechts drin, die Säcke. In Position und bereit. Charlie ist in Position. Der Charlie? Einfach raus, ich seh nur Huren. Ich weiße, auf der Entdeckung bin ich. Könnte sicher sein. Captain. Hinter dem Game Auto. Aha. Nein. Der war der Sniper. Den hab ich geruchert. Weil der Speichert. Gittert. Ich muss ihn mal zwingen gehen. Nein. Oh, Moment. Ladehimmung. Wurde ich mich noch runter. Keiner mehr da, Captain. Der ist bestimmt noch mehr da. Sir. Hinter dem Game Auto haben wir gesucht. Ich glaub, das war's. Hinter dem Game Auto haben wir gesucht. Ich glaub, das war's. Hallihallo. Der ist nicht, wer da ist. Der ist keine Sau da. Moment. Die Lage stinkt. In den meisten Fällen schuldig. Ein MG Schütze. Genau dort hinter. Komm, ich geh mal durch hier. Oh. Mörserfeier! Captain! Zahlreiche Mörserstellungen auf mexikanischer Seite! Beeilung! Du musst da durch! Los! Los! Die mexikanische Grenzstation ist schwer befestigt. Wir können unsere großen Kanonen dort nicht durchbringen, bis die Gegner ausgeschaltet sind. Beide auf Artillerie. Captain. Ladung ist unterwegs. Zielgebiet evakuieren. Rein in der Miet. Und ich sag gleich gut. Obwohl. So. Die Artillerie ist fort. Gehen wir noch an? Oder war das der einzige? Und die haben mich nicht mehr zum Bieten gehabt oder wie? Was? Marine! Hier wird doch! Ordnung! Besser, irgendein Feind in der Ferne? So, jetzt sind wir schonmal bei 140 Metern. Und der Marmarine, helft ihr mal! Verstanden! Charlie ist in Position! Ja, der Lieber-Gutsche! Zwei MG-Schützen! Auf der rechten Seite! Der da oben liegt! Der da hinten liegt auch! Warte mal! Charlie, holt die Stadt! Der Kapitän regelt das! Keiner mehr da, Kapitän! Der da hinten! Der Gegner! Ja, gut! Vorne! Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite! Ja, Treffer! Ihr Ziel ist getroffen, Captain! Auf der rechten Seite! 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 Aus der rechten Seite! Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite! Ach ja! Dar dozen Agenten! Wenn, was nicht zu tun? Was hin? Eh, was die dritte Seite! So, das war der Depp da hinten. Hey man, ich hätte mich jetzt nicht legst du durch. Gut gemacht, Kapitän. Bitte, wollen wir speichern? Glaub ich es erwarten? Mitgehen. Hüttert. Jungen geht schon mal. Was haben sie denn da? Den Panzer? Scheiße, unentschieden. Der war genau so langsam wie ich. Aber immer war ich schneller. Na gut, wog nicht. Aha. Gut gemacht, Kapitän. So, das wurde ein Geschütze. Sir. Das ist gut, wenn ich meine. Das. 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 Ich kriege mich da, wirre ich. Mal schauen, ob das eine gute Idee ist. Ja, Trevor. Ihr Ziel ist getroffen, Captain. Du geh. Rot, Bub. Charlie ist in Position. Der Charlie ist da. Aber Charlie konnte ich verlusten. Der Charlie ist in Position. In Ordnung. Verstanden. In Bewegung. Der Charlie ist in Position. Gut gemacht. Was sagt der Möderbeschuss? Der ist gerade ein bisschen ungünstig. Aber wir werden fast rumgehen. Okay. In Position und bereit. Und der meiste Charlie gehen wir. Sind der Brudels. Toll. Captain. Chris. Was? Luftschlag. Auf dem Bonzer. Okay. Luftschlag ist unterwegs. Gebiet räumen. Weg mit der Schüssel. Abwurf. Ziel so gut wie erledigt. Avalo. Ghost Leader? Aus, unterwegs. Gehen Sie vor, Captain. Deine theo du ihn mit. Gehen Sie mal mit. Gänken Sie mal. Guck. Die Schüssels. Die Schüssel. Gehen Sie mal dahin. Einfach zu können. Deine Schüssel. Wir werden nass. Keine Lust mehr diskutieren. Ein Scharfschütze. Herr Treffer, Ihr Ziel ist getroffen. Captain, bin getroffen! Friedlich, keine Panik. Wir können die exakte Position der Raketen nicht ausmachen mit Schlabe. Aber wir wissen, dass Sie in diesem Bereich sind. Sie müssen sie finden. Die Aufklärung meldet Feindaktivitäten süd-süd-östlich Ihrer Position. Ich markiere den Bereich auf Ihrem Hut. Bleiben Sie aufmerksam, Ghost-Team. Rebellenlager. Na gut, das kläre ich und ein bisschen. Aber ich hätte eine andere Knarre brauchen. Oder fünf Schuss mit dir. Scott, beeil dich! Ein feindlicher Konvoi nähert sich deiner Position! Ein Konvoi? Er trifft sich gut. Von wo? Von hinten? Ne, oder? Bieselig im Ende doch. Jawohl, Sir. Kann grellig werden. In Position und bereit. Ich werde angegriffen! Ein Konvoi! Aha! Ein Konvoi! Ich muss das mal hin! Durch Deckung! So! Leber gut! Da sauen da die Kugeln um die Uhren! Die Rebellen! Die Rebellen! Vier Kugeln hab ich noch! Das heißt, vier Dote! Wann? Wie geht denn auch die Morde? Wann? 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 Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Wir sind bereit, Ghost Leader. Ich werde nicht sehen, dass ich ein Ziel entdeckt habe. Kontakt. Runde, die Gugel, die Gugel. So das dumme ist, ich habe keine Granaten dabei. Das ist das Rebellenlager von Hüttenhausens, die sind da oben, ist da jemand daheim? Nicht, dass ich vorbeischauen, dann ist keiner daheim. Warte, wer ist da mit einer Knarre? Der, wo es besser kommt, nicht geh. Wo liegt denn einer? Wo den herkommt? Warte, mit Visier, jawohl, nehm die da. Mal rüber. Dann drif ich mich. Ja.